Ja, meine Aufgabe ist, Ihnen und Euch heute zu zeigen, warum es eigentlich Suffizienz in Energieszenarien braucht, wie bisher Suffizienz in Energieszenarien angenommen oder modelliert wird und wie wir das vorhaben in unserer Nachwuchsforschergruppe. Und wir, das sind sieben WissenschaftlerInnen aus sehr unterschiedlichen Disziplinen, Wirtschaftsingenieurwesen, Politikwissenschaft, Sozialwissenschaft und wir arbeiten an drei unterschiedlichen Standorten zusammen, das Öko-Institut, das Wuppertal-Institut und die Universität Flensburg. Und wir sind nicht nur multidisziplinär, sondern wir sind auch transdisziplinär aufgestellt. Wir haben noch einen wissenschaftlichen Beirat und auch einen Praxisbeirat mit VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft und Verbraucherschutz und Zivilgesellschaft. Ja, erstmal zu unseren Zielen. Bisher ist es so, dass in der Energiesystemmodellierung und in Szenarien speziell technisch-ökonomische Maßnahmen einfließen und Kosten und Treibhausgasminderungseffekte oder Pfade herauskommen. Und die Herausforderung besteht jetzt darin, dass man auch Verhaltensänderungen, soziale Innovationen und auch gesellschaftlichen Wandel mit in die Modellierung mit integriert. Und wir möchten das tun, uns Suffizienz darin abzubilden. Und wir möchten Suffizienz nicht verkürzen auf die individuelle Ebene, sondern eben Suffizienz politische Handlungsoptionen darstellen. Und was das genau bedeutet, darauf werde ich jetzt noch ein bisschen näher eingehen. Erstmal so zur Definition. Also wir haben in den letzten Wochen einige Vorträge gehört, die können Sie auch gerne auf YouTube nachschauen. Hier eine Folie von der Assoziation Negawatt. Hier werden eben unterschiedliche Nachhaltigkeitsstrategien in Anschlag gebracht. Und für einen Weg in Richtung Klimaneutralität brauchen wir all diese drei Strategien. Also Konsistenz, das Einpassen in Naturkreisläufe, Effizienz, die effiziente Bereitstellung von Energiedienstleistungen und Produkten und Suffizienz, die absolute Verminderung von der Nachfrage nach Energiedienstleistungen. Ich werde gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen. In dieser wunderschönen Definition von Kai Kuhlhen, die er aufgelegt hat in seinem Vortrag bei uns in der letzten Ringvorlesung, das ist die Kaya-Identität. Viele von Ihnen werden oder von euch werden die wahrscheinlich kennen. Das ist sozusagen ein Weg, sich zu verdeutlichen, wie eigentlich Treibhausgasemissionen zustande kommen. Das ist einmal die Zahl der Personen, dann die Produkte und Dienstleistungen, die diese Personen in Anspruch nehmen, der Energiebedarf, den man braucht, um die Produkte und Dienstleistungen herzustellen und die Treibhausgasemissionen, die anfallen bei der Energieproduktion. Minus die Emissionen, die man aus der Atmosphäre oder aus Prozessen entnehmen kann, um sie zu sequestrieren, also dauerhaft den Boden zu speichern. Und wenn man sich das so verdeutlicht, dann sind die Strategien, um Emissionen zu reduzieren, einmal die Negativ-Emissionstechnologien, also zum Beispiel CO2 aus der Luft direkt abzuscheiden oder aus Prozessen. Dann die Konsistenz, also zum Beispiel, dass Kohle durch Gaskraftwerke oder durch Erneuerbare ersetzt wird. Die Effizienz, die effizientere Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen oder auch die effiziente Nutzung. Und diese ganzen Strategien können zusammengefasst werden als technische Lösungen. Und der Weg, den wir stärker betrachten, ist die Suffizienz, also die absolute Zahl der Produkte und Dienstleistungen, die Personen nachfragen. Und Suffizienz kann demnach erreicht werden durch gesellschaftlichen Wandel. Und hier nochmal, um so ein bisschen die Gründe aufzuzeigen, Deutschland wird ja auch als Vorreiterland in der Energiewende gesehen und tatsächlich gibt es große Fortschritte. Diese sind jedoch vor allen Dingen im Stromsektor zu finden. Und die Strategien, um alle Sektoren zu dekarbonisieren, sind eben unterschiedliche. Im Industriesektor speziell Elektrifizierung und auch der Nutzung von Wasserstoff und marginal auch von Biomasse. Analog auch im Verkehrssektor Nutzung von Elektromobilität, auch Umstellung auf Wasserstoffmobilität und im Wärmesektor speziell Wärmepumpen. Und das zusammenführen diese Sektoren eben am Ende durch Sektorkopplung. Und hier seit diesem Erstellen dieser Grafiken gibt es natürlich noch weitere Fortschritte. Also der Anteil der Erneuerbaren speziell im Stromsektor ist weiter gestiegen, aber es gibt eben auch große Herausforderungen. Insbesondere in den Bereichen des Infrastrukturausbaus und überhaupt der Problematik, diese riesigen Energiemengen komplett mit Erneuerbaren herzustellen. Und die Energieeffizienz kann es eben nicht leisten, den Energiebedarf insgesamt so stark zu reduzieren, wie es notwendig wäre, um eine Energiewende hin zu 100% Erneuerbaren zu erreichen. Daher brauchen wir Energiesuffizienz. Das zeigen uns auch eine ganze Menge von Szenarien und ich habe für diesen Vortrag mal einige ausgewertet. Die haben hier teils unterschiedliche territoriale Zuschnitte und die Auswahl habe ich aufgrund dessen getroffen, dass sie alle Energiesuffizienz beinhalten. Entweder wirklich linguistisch sozusagen Suffizienz so genennen oder dem Sinn nach unterschiedliche Suffizienzstrategien in Anschlag bringen. Und die Auswertung, die ich gemacht habe, ist erstmal rein deskriptiv. Also ich habe keine Erfassung von Effektivität gemacht, also Suffizienzmaßnahmen ausgezählt, aber man kann nicht schauen, wie viel tatsächlich eine Maßnahme erbringt. Dennoch kann man sozusagen so ein Gewicht finden, welche Sektoren in welchen Szenarien abgebildet werden. Und ich wollte hier so ein paar Beispiele einmal auflegen, also das Sinken der Stromnachfrage. Hier in dem Szenario wird angenommen, dass sich das NutzerInnenverhalten stark ändert und zum Beispiel die Beleuchtungsnachfrage danach sinkt. In dem Szenario von McKinsey wird angenommen, dass eine Reduktion nach Fleischkonsum stattfindet. In diesem Szenario wird das aber auch gar nicht in die Modellierung mit überführt, weil McKinsey argumentiert, dass es sehr schwer ist, vorherzusagen, wie eigentlich gesellschaftlicher Wandel stattfinden wird und deswegen nicht in die Berechnung mit aufgenommen werden kann. Eine sehr übergreifende Strategie ist bei dem Szenario von Wuppertal Institut für die Fridays for Future drin, nämlich ein sehr hoher CO2-Preis. Der kann sich eben sehr übergreifend auf Suffizienz in unterschiedlichen Sektoren auswirken. Und der UBA-Szenario Green Supreme ist gegen den landläufigen Trend des Zuwachses von Wohnflächen von heute ungefähr 50 Quadratmeter pro Kopf ein Sinken auf 41 Quadratmeter im Jahr 2050 angenommen. Und das europäische Szenario von Climate Action Network hat einen sehr starken Umstieg von dem Auto auf Bus, Bahn und Fuß. Und wenn man das einmal ein bisschen gegenüberliegt, kann man sozusagen so unterschiedliche Suffizienzstrategien, also das Reduzieren zum Beispiel der Verkehrsleistung gemessen in Personenkilometern oder auch in Tonnenkilometern für den Güterverkehr, kann man dies so nebeneinander legen und das ist eine Aufgabe für die Zukunft, eine Metastudie über unterschiedliche Szenarien machen. Und ich habe hier so beispielhafte nur aufgezeigt, man kann auch sehr viel mehr Annahmen noch tatsächlich abbilden, wie zum Beispiel die Abnahme der Quadratmeter pro Kopf oder die Abnahme der Haushaltsgeräte. Und diese Tendenzen werden in den Szenarien aufgezeigt. Es ist, finde ich, zu beobachten, dass in den letzten Jahren, im letzten Jahr vor allen Dingen, vermehrt Suffizienz-Szenarien veröffentlicht werden. Aber es ist in diesen Szenarien nicht gemacht worden. Es war auch nicht ein Teil der Methode, dies herunterzubrechen auf Maßnahmen-Ebene. Also es können Potenziale aufgezeigt werden. Was bringt es, die Wohnflächen so und so zu senken? So kann das Potenzial von Suffizienz auch aufgezeigt werden. Aber es fehlt, es bleibt eine Lücke, vor allen Dingen aus Sicht der politischen Entscheidungsträger, um zu sagen, wie kann man eigentlich dieses Ziel erreichen. Und das möchte ich mit der folgenden Folie aufzeigen. Hier haben wir unsere Suffizienz-Definition angelegt. Also die ausgefüllten Flächen, diese grünen, ausgefüllten Flächen, ist das absolute Reduzieren aller Nutzeneinheit, also zum Beispiel die Quadratmeter. Das Schraffierte sind die Umstiege und zum Beispiel auch vom Auto auf das Fahrrad oder auch auf den Bus. Und dieses ganz leicht gepunktete nur sind so generelle Suffizienz unterstützende Ansätze, also zum Beispiel der CO2-Preis. Und dann sehen Sie noch die Sektoren sowie die unterschiedlichen Instrumententypen. Und bei den unterschiedlichen Instrumententypen reicht es eben von ökonomischen Instrumenten, Subventionen zum Beispiel oder auch Unterstützung und Anreizen bis hin zu Plänen. Das verbirgt sich hinter und eben einen ganz großen Bereich Not-Specified. Und tatsächlich sind viele der Suffizienzannahmen in den Szenarien nicht durch Maßnahmen wirklich hinterlegt, sodass man nicht wirklich sagen kann, wie erreichen diese Szenarien eigentlich die Suffizienzfortschritte, die sie annehmen. Es gibt zwei Ausnahmen, die die Szenarien der Studien, die da sehr ausführlich darauf eingehen. Und zwar ist das Uber Green Supreme und die Fridays for Future-Studie CO2-neutral bis 2035 vom Wuppertal-Institut, die haben teils sehr detaillierte Beschreibungen ihrer Suffizienzmaßnahmen, zum Beispiel statt der kurzen Wege. Und diese Maßnahmen scheinen mir allerdings eher zu illustrieren, wie kommt man eigentlich zu der Entwicklung, die aufgezeigt wird. Gut, wir machen auch eigene Szenario-Studien. Wir haben jetzt in diesem Prozess gerade angefangen und empfinden das als einen sehr bereichernden und spannenden Prozess, so multidisziplinär zusammenzusitzen und sich zu überlegen, wie eigentlich das Energiesystem 2050 aussehen kann und welche Einflussfaktoren wir aus unseren unterschiedlichen Disziplinen identifizieren, die dieses Energiesystem beeinflussen. Und hier haben wir heute Vormittag erst gesammelt und Ranking erstellt, welche Einflussfaktoren wir sehen. Und ich will jetzt gar nicht im Einzelnen darauf eingehen. So ein bisschen was können Sie vielleicht oder könnt ihr vielleicht auch währenddessen lesen. Aber ich möchte eine Einladung aussprechen. Alle diejenigen unter euch im Publikum, die sich angesprochen fühlen als Szenario-Expertinnen oder Experten können sich gerne entweder in der Diskussion einbringen oder sich auch gerne bei uns melden und uns in unseren weiteren Prozessschritten begleiten. Genau, in dem Fall vielleicht einfach eine Nachricht in den Chat schreiben mit Ihren Kontaktdaten und dann nehmen wir sie auch weiter in unserem Prozess mit auf. So und jetzt ist die Frage, wie eigentlich in Nachfragesektoren und im Angebotssektor des Energiesystems suffizient abgebildet werden kann. Und dafür würde ich sehr gerne Johannes Pema zunächst und dann eine Frauke Wiese übergeben. Also ich werde ganz kurz ein paar Überlegungen quasi präsentieren. Das sind noch keine umgesetzten Ideen, sondern es sind bisher eben eher konzeptionelle Vorüberlegungen. Zur Nachfrageseite, wie Suffizienz auf der Nachfrageseite modelliert werden kann. Und Frauke Wiese fängt dann oder macht dann weiter im Anschluss zur Angebotsseite. Üblicherweise wird Suffizienz assoziiert mit bestimmten Indikatoren, die ganz häufig auch in Modellen dann eben auftauchen. Das sind im Gebäudebereich Dinge wie Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf oder auch die gesamte Wohnfläche in einem Territorium. Können aber auch Dinge sein wie die Raumtemperatur oder wenn man Gebäude etwas weiter fasst, Dinge auch wie Geräte, Geräteausstattung in Haushalten, Kühlschrankgrößen und so weiter. Im Verkehrssektor sind so typische Indikatoren die Verkehrsleistung in Personenkilometern oder Tonnenkilometern. Analog zu den Gebäuden könnte das jetzt auch pro Kopf sein, dieser Indikator. Und je nach Definition von Suffizienz ... Ben, könntest du dein Mikro leise machen? Danke. Je nach Definition von Suffizienz eben auch dieser Umstieg von Individualmobilität auf den Umweltverbund. Das wird manchmal als Suffizienz, manchmal eher als Konsistenzmaßnahme geframed. Klassische Indikatoren wären dann auch noch eben Fahrzeuggröße oder Motorisierung. Etwas schwieriger wird es in den Sektoren Landwirtschaft, Ernährung und Industrie, weil einfach weniger Essen ist meistens nicht der Fall. Was da öfter herangezogen wird, wären Dinge wie Reduktion von Lebensmittelabfällen oder von Verpackung oder aber auch Fleischkonsum und Milchprodukten. Wobei man da auch wieder diskutieren könnte, ist das eigentlich ein wirklicher Suffizienzindikator oder nicht eher Konsistenz. Im Industriebereich sind es häufig Dinge wie langlebigere Produkte, Reparierbarkeit oder auch Konsum bzw. Produktion im Allgemeineren. Und an dem Bereich ist die Diskussion häufig auch verknüpft mit Postwachstumsdiskussion zum Beispiel. Also inwiefern spielt Wirtschaftswachstum eine Rolle für Suffizienz? Alle diese Indikatoren, wenn diese in Modellierungen auftauchen, dann ist es so ein so ein Hint darauf, dass Suffizienz da irgendwie eine Rolle spielt. Ganz ganz häufig ist es aber eben so, wie Ben gerade schon gesagt hat, dass die diese Indikatoren oder ihre Entwicklung selbst nicht wirklich modelliert wird, sondern das sind eher auf der Annahmenebene Parameter, die in den Modellen eine wichtige Rolle spielen, die aber nicht modellendogen irgendwie veränderbar sind. Und das ist jetzt im Prinzip genau der Punkt, wo wir sagen, das bräuchten wir, weil das sehr zentrale Indikatoren sind in der Quantifizierung. Und einfach anzunehmen, dass die sich auf die eine oder andere Art und Weise verändern in der Zukunft ist etwas gewagt. Es könnte nämlich gut sein, dass es dafür Politiken braucht. Also das ist im Prinzip das Argument. Wir müssen explizit abbilden, warum sich solche Indikatoren ändern, wenn wir sie, wenn wir sie als Veränderung in den Modellen haben. Und wir müssen genau wissen, warum, warum sie sich verändern. Also welche Policies führen dazu oder welche Rahmenbedingungen führen dazu, dass sie sich verändern. Ein Beispiel wollte ich jetzt ganz kurz bringen, wie es konzeptionell funktionieren könnte im Verkehrssektor. Das sind eben auch konzeptionelle Vorüberlegungen jetzt. Wir arbeiten zusammen mit Kollegen vom Rainer Le Moin Institut, die gerade dabei sind, ein offenes Verkehrsmodell aufzubauen und das jetzt schon so weit ist, dass das Modal-Choice-Modul, also wo die Verkehrsmittelwahl vonstatten geht, im Prinzip schon funktioniert von diesem Modell und ganz typisch wie bei vielen Verkehrsmodellen gibt es als zentralen Input-Parameter dafür eine sogenannte Ziel-Quell-Matrix, wo festgehalten ist, welche Verkehre von welchem Ort zu welchem Ort in welcher Menge stattfindet. Diese Verkehre werden dann in so einem Model-Choice-Modul oder Modell eben umgelegt auf die einzelnen Verkehrsträger und vielleicht dann sogar noch weiter auf Technologien. Und Output von so einem Modell sind dann eben die Kilometer, die mit den verschiedenen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Das Spannende ist dann, genau diese Kilometer, diesen Modell-Output weiter zu verwenden und in Energiesystem-Modellen, deswegen hier mit ESM abgekürzt, in Energiesystem-Modellen weiter zu nutzen, um die Auswirkungen auf das Gesamtenergiesystem zu quantifizieren. Also das ist im Prinzip so das, was wir auch in unserem Projekt als Ziel haben, diese von ganz vorne bis ganz hinten im Gesamtenergiesystem zu modellieren. Genau, in solchen Model-Choice-Modellen sind die ganz klassischen Parameter, die da dieses Modell und die Entscheidungen quasi treiben, vor allem Zeit und Kosten, je Verkehrsträger und weiter runtergebrochen. Dann gibt es noch so ein paar Nebenfaktoren wie den Besetzungsgrad von Automobilen oder auch Zusatzkosten, also im Sinne von Ungemütlichkeit im öffentlichen Verkehr zum Beispiel. Und das sind quasi die zentralen Parameter, die diese Model-Choice bedingen am Ende. Die große Frage ist, Gibt es nicht noch andere Faktoren, die man da mit berücksichtigen könnte, also beispielsweise interdisziplinärer gedacht auch psychologische Faktoren, soziologische Faktoren, Dinge wie Normalitätsvorstellungen, die sich ja verändern können, Routinen, die sich sehr schwer verändern können, vielleicht aber doch. Und ansonsten ist die ganz große Grundfrage, warum können sich diese Parameter, die hier in diesen Modellen auch in Anschlag gebracht werden, wie können die sich verändern oder wie können sie politisch verändert werden? Und da kommt man jetzt eben zu den Politikfragen, wo Dinge eine Rolle spielen können, die Frequenz oder auch die Distanz im öffentlichen Verkehr, wie weit ist es bis zur nächsten Bushaltestelle, wie häufig fährt der Bus und so weiter. Das bedingt natürlich ganz eindeutig, wie leicht es ist, auch den öffentlichen Verkehr zu nehmen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist dafür, für die Wahl, wie weit eigentlich gefahren wird, um bestimmte Points of Interest zu erreichen, ist die Frage, wo liegt dieser Point of Interest eigentlich? Also wo ist der Arzt? Wo ist der Kindergarten? Wo ist der Supermarkt? Wie weit muss man fahren, um dort überhaupt anzukommen? Und das kann natürlich politisch auch beeinflusst werden. Die Reisezeit wird heftig beeinflusst von den Verkehrsmitteln selbst und von den Regulierungen, die da sind. Also je nachdem, wie die Straßeninfrastruktur ausschaut, wie die Schieneninfrastruktur ausschaut, in welchem Zustand die Züge sind und so weiter, hängt davon ab, wie schnell man sich bewegt und welches der Verkehrsmittel man wählt. Und für die Kosten sind natürlich auch politische Komponenten zentral. Und alles das jetzt eben explizit abzubilden, auch in so einem Modell, wäre eben zentral, um Politikempfehlungen aussprechen zu können. Was bräuchte es, damit sich das Gesamtsystem so und so verändert? Das passiert nämlich häufig nicht. Dann gibt es noch einen zusätzlichen Punkt, nämlich ich habe es hier Car Availability geschrieben. Wenn zum Beispiel ein Auto in einem Haushalt gar nicht vorhanden ist, dann gibt es auch keine Option, das Auto zu nehmen. Also Modal Choice Car fällt dann in diesem Fall weg. Und auch das, diese Car Availability, ist natürlich politisch beeinflussbar. Dann gibt es aber noch einen vorgelagerten Schritt, nämlich die Frage, warum werden bestimmte Wege überhaupt zurückgelegt, beziehungsweise wie viele dieser Wege und in welcher Länge werden sie zurückgelegt? Das wird üblicherweise in vorgelagerten Modellen nochmal separat gemacht, in Trip Generation Models. Und ganz typische Erklärungsfaktoren da sind wieder Car Ownership, das heißt Haushalte mit Auto bewegen sich mehr als Haushalte ohne Auto. Dann die Anzahl an Arbeitern oder Angestellten in einer Familie hat natürlich auch Auswirkungen, die müssen zur Arbeit kommen. Einkommen, wohlhabendere Haushalte bewegen sich mehr, sind mobiler, aber natürlich auch Familiengröße oder auch Haushaltstypen einfach mit so und so viel Kindern, mit pflegebedürftigen Alten und so weiter bewegen sich anders als andere. Und noch ein paar weitere Erklärungsfaktoren. Hier ist wieder die Frage, wie lässt sich das eventuell verändern? Also zum einen das, was ich vorher schon gesagt hatte, wie weit ist es eigentlich zu den Points of Interest, wo ich mich hinbewegen muss? Und das ließe sich durchaus auch möglicherweise explizit modellieren, wenn sich da was verändern könnte in der Struktur. Allerdings auch die Frage, nicht nur wie weit ist dieser Point of Interest weg, wo ich mich hinbewegen möchte, sondern auch mit welchem Modus komme ich da überhaupt hin? Und genauso auch die Frage Car Ownership ist nämlich zwar ein sehr häufig verwendeter Erklärungsfaktor dafür, wie viele Trips gemacht werden, aber Car Ownership selbst wird häufig nicht modelliert, sondern ist entweder eine Annahme in der Entwicklung. Zum Beispiel die Prognose für den Bundesverkehrswegeplan beruht auf einer ziemlich interessanten Annahme, dass nämlich Car Ownership in so einer Art S-Kurve zunimmt. Und jetzt aktuell sind wir in dem Bereich, wo die Kurve wieder abnimmt und nähert sich 100 Prozent an. Also geht nicht auf 100 Prozent, aber nähert sich bestimmten Werten an. Das ist eine Annahme. Also da ist in dieser Modellierung überhaupt nicht vorgesehen, dass eventuell diese Car Ownership Rate auch wieder abnehmen könnte und schon gar nicht ist irgendwie modelliert, dass politische Entscheidungen das verändern könnten. Also das so, um ein bisschen klar zu machen, was es bräuchte an zusätzlicher Modellierung, um solche Politikeffekte modellieren zu können und daraus auch abzuleiten, was muss an Rahmenbedingungen Veränderungen geschehen, damit hier so eine Transition eigentlich passieren kann. Hier zwei Punkte noch ganz kurz. Es gibt noch Feedback Loops, nämlich einmal von dem Modell-Choice Teil. Je nachdem, was da herauskommt in der Modell-Choice, hängt natürlich auch ab, wieder wie leicht es ist, mit dem einen oder anderen Modus sich zu bewegen. Und das füttert also wieder zurück in das Trip-Generation-Model. Ja, wie gerade gesagt, Causal könnten eben explizit abbilden die Gründe und Rahmenbedingungen, damit wir daraus auch Schlüsse ziehen können. Und da gebe ich weiter an Frauke. Vielen Dank. Dann noch ein kurzer, ich würde mal sagen Teaser über Suffizienz direkt in den Energiemodellen. Also wir hatten jetzt schon gehört, was zu Szenarien, wo die Annahmen drin sind zu Suffizienz, zu Vormodulen und jetzt die eigentlichen Energiesystemmodelle. Da nur ein paar erste Gedanken dazu. Und zwar, was augenscheinlich ist, die augenscheinliche Schnittstelle ist die absolute Höhe der Nachfrage, die ein klassischer Input für ein Energiesystemmodell ist. Wie viel Kilowattstunden Strom, wie viel Kilowattstunden Wärme und wie viel entweder Megajoule Treibstoff oder auch Personenkilometer, Tonnenkilometer müssen bereitgestellt werden. Ist es Personen Tonnenkilometer, dann ist schon ein kleines Stück, können schon Suffizienzaspekte im Modell drin sein. Das ist ja unterschiedlich, wie die Modelle das handhaben. Und auch die relative Nachfrage, also das Profil als wichtiger Input für Energiesystemmodelle. Da können auch Suffizienzannahmen drinstecken. Indirekt gibt es aber auch einige Punkte, die Suffizienz betreffen können und die in Energiesystemmodellen integriert sind, wo Aussagen getroffen werden über Suffizienz oder nicht Suffizienz. Das sind eher verstecktere Verbindungen. Und da würde ich einfach mal als Beispiel sowas wie die Menge Müll, die in Müllkraftwerken zur Energiegewinnung zur Verfügung steht. Und häufig ist es dann beispielsweise so, dass die Menge an Müll ist direkt abhängig vom Wirtschaftswachstum und es wird einfach angenommen, dass das wird fortgeschrieben von heute, die Menge Müll, die produziert wird, als ein kleines Beispiel. Und dann gibt es auch noch weitere Annahmen wie sowas wie Investitionszyklen. Über welchen Zeitraum wird eine Anlage abgeschrieben? Für wie lange wird investiert? Wie langlebig sind die Anlagen? Das sind wichtige Input-Parameter. Und auch hier kann man sagen, naja, wenn man das unter Suffizienzaspekten betrachtet, hat das große Auswirkungen. Also könnte man auch daran was ändern. Genauso wie der Abzinsungssatz. Also wie wichtig, wie viel ist etwas in der Zukunft wert? Irgendwie so eine generelle, nicht nur Suffizienz, sondern auch so einen noch weiteren Blickwinkel von Nachhaltigkeit betrifft. Und das nur als Beispiele. Da freue ich mich auch schon auf weitere Diskussionen mit Ihnen und Euch, um das noch weiter zu identifizieren. Grundsätzlich ist dabei Transparenz essentiell in den Energiesystemmodellen, um auch eben diese versteckten Suffizienzannahmen oder nicht Suffizienzannahmen, die da drin stecken, zu identifizieren. Und sich explizit darüber Gedanken zu machen und das zu entscheiden und das nicht einfach im Modell nur drin zu haben und in den Zahlen. Und für mich eine grundsätzliche Frage dabei ist, ist auch, ob es einen generellen Widerspruch gibt zwischen der Kostenoptimierung, wie ja die meisten von den Energiesystemmodellen funktionieren, und der Blickweise des, wie viel ist genug, der Suffizienz inne wohnen kann. Das ein paar Gedanken zu der Angebotsseitenmodellung und wie da Suffizienz zu verbunden sein kann. So, jetzt nochmal ein kurzer, abschließender Satz von mir. Und zwar haben wir auch wirklich geschaut, wie das in den aktuellen Politiken mit Energiesuffizienz aussieht. Und zwar haben wir die nationalen Energie- und Klimaschutzpläne der europäischen Mitgliedsstaaten ausgewertet, die bei der Europäischen Union eingereicht wurden, und geschaut, wie viel Suffizienz-Politiken die nationalen Mitgliedsstaaten der EU vorsehen. Und haben tatsächlich einiges gefunden. Hier auf der Y-Achse ist die Zahl der Maßnahmen in den unterschiedlichen Sektoren. Und da sehen wir tatsächlich, dass Suffizienz als Politikfeld an Raum gewinnt und an Legitimität gewinnt und in unterschiedlichen Ländern bereits explizit formuliert wird. Und damit wären wir am Ende der Vorstellung. Und ich freue mich sehr auf die Diskussion.